Musik Schon eine alte Bauernregel besagt, um die Zeit von Adelheid, da macht sich gern der Winter breit. Davon sind wir momentan aber noch meilenweit entfernt, zumal die Temperaturen ab morgen deutlich ansteigen sollen. Musik Der morgige Tag beginnt stark bewölkt. Daran ändert sich auch im Tagesverlauf nicht viel. Gegen Mittag setzt dann Regen ein, der wohl auch bis in die Nacht anhält. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad am Morgen und bis zu 6 Grad in den Mittagsstunden. Auch in den kommenden Tagen bleibt es regnerisch. Dafür gibt es einen Temperatursprung. Donnerstag können die Werte bis auf 11, am Freitag sogar bis auf 12 Grad ansteigen. Das Ganze geht einher mit zum Teil aber kräftigen Windböen. Und auch zum Wochenende hin gibt es keine Wetteränderung. Regen bei Höchstwerten von 10 Grad. Die derzeitige Wetterlage tut dem Kreislauf nicht gut. Dazu kommt, dass auch Asthmatiker Probleme aufgrund des Wetters bekommen könnten. Keine negativen Auswirkungen müssen dagegen Menschen mit Herzbeschwerden befürchten.